Was? Keine Beweismilder, ich bin nicht hier. Tja, NSA, guck mit. Ja, mein Arbeitgeber auch. Hast du Krankenschein? Nein. Weil endlich nicht. Ich war jetzt drei Wochen am Stück arbeitend, aber ich habe hier wohl drei Wochen Urlaub. Ja, ich habe hier im September drei Wochen. September habe ich drei Wochen. Seit März, das erste Mal wieder. Ja, aber irgendwann sind sie dann hier von einem Beheben, oder? So ein Teil, das ist aus wie so ein Penner. Nur in dem richtigen Boden. Wann kriegt ihr NSV Bescheid? Gleich, ins Livestream.